Du willst mehr Abschlüsse mit deinem Webinar erzählen? Dann weißt du, dass das richtige Follow-Up schon die halbe Miete ist. Und wie du mehr Umsatz durch ein cleveres, smartes Follow-Up machst, genau darum soll es jetzt gehen. Denn wir nutzen KI-Telefonie zusätzlich, um Webinar-Teilnehmer wirklich im Follow-Up zu closen. Und wie gut das genau funktioniert, was KI-Caller heute schon können und wie so ein Gespräch wirklich auch abläuft, wenn man ein paar Einwände hat, und genau das schauen wir uns heute an. So, ich bin bereit. Der Form halber machen wir es heute mal nicht übers Telefon, sondern ich spiele es direkt als Ton mit ein. Dann kannst du das Ganze akustisch besser verstehen. Und wir müssen jetzt folgendes Szenario bedenken. Ich war beim Webinar dabei, vielleicht von dir in deinem Webinar. Und ich bin dabei gewesen und habe keine Anfrage gestellt. Das heißt, wir wissen in der Datenbank, ich bin der Kandidat für Follow-Up. Und nun klingelt mein Telefon und der nette Konstantin von Autima ruft mich mal an. Hallo René, hier ist Konstantin von Autima. Schön, dass ich dich erreiche. Ich habe gesehen, dass du in unserem Webinar dabei warst. Hast du kurz zwei Minuten Zeit für mich? Ja, um was geht es denn? Nun, ich wollte einfach mal nachfragen, was dein größtes Learning aus dem Webinar war. Ich meine, es ist immer spannend zu hören, was bei den Teilnehmern hängen bleibt. Und dann würde ich gerne wissen, ob es aktuell Gründe gibt, die gegen einen Start mit unserem Autima-Angebot sprechen. Gibt es da etwas, das dir durch den Kopf geht? Also ich habe viel aus dem Webinar mitgenommen und das war natürlich sehr, sehr spannend. Und ein paar gute Learnings, zum Beispiel wie viele Touchpoints man mittlerweile braucht. Ja, ich habe noch nicht so darüber nachgedacht, jetzt mit dem Angebot zu starten, ehrlicherweise. Das freut mich zu hören, dass du viel mitnehmen konntest. Die Anzahl der Touchpoints ist wirklich ein wichtiger Punkt, den viele unterschätzen. Ich verstehe, dass du noch nicht ganz sicher bist, ob du mit dem Angebot starten möchtest. Gibt es vielleicht spezielle Gründe oder Bedenken, die dich davon abhalten? Ich meine, ich bin hier, um dir zu helfen und alle Fragen zu klären, die du hast. Ja, ich glaube, wir haben aktuell noch nicht ausreichend Leads, damit das System richtig gut funktioniert. Ich verstehe, dass die Anzahl der Leads ein entscheidender Faktor ist. Aber genau hier kommt unser System ins Spiel. Es hilft dir, die bestehenden Daten in deinem CRM zu nutzen und daraus neue, warme Leads zu generieren, ohne dass du zusätzliches Marketingbudget brauchst. So kannst du die Effizienz deiner Marketingmaßnahmen steigern und mehr aus dem herausholen, was du bereits hast. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie viele Leads du idealerweise erreichen möchtest, um deine Ziele zu erreichen? Also wir haben aktuell nur um die, ich sage mal, 500, vielleicht 800 Leads in der Datenbank. Nicht sonderlich viel. Ich verstehe, das klingt nach einer überschaubaren Anzahl, aber auch mit 500 bis 800 Leads kann man schon einiges bewegen. Unser System hilft dir, diese bestehenden Leads effektiv zu reaktivieren und in neue Kunden zu verwandeln. Viele unserer Kunden waren in einer ähnlichen Situation und konnten durch unsere Unterstützung deutlich mehr aus ihren Daten herausholen. Was wäre für dich der Hauptgrund, warum du mit uns zusammenarbeiten möchtest? Geht es dir mehr um Umsatzsteigerung oder um die Gewinnung neuer Kunden? Naja gut, gegen Umsatzsteigerung hat man glaube ich nie was, oder? Genau, gegen Umsatzsteigerung hat man wirklich nie etwas. Das ist ja auch das Ziel, oder? Mit unserem System kannst du genau das erreichen, indem du die vorhandenen Leads in deinem CRM effektiv nutzt. Es läuft dann im Hintergrund und sorgt dafür, dass du regelmäßig warme Leads bekommst, ohne dass du zusätzliches Marketingbudget ausgeben musst. Wie wäre es, wenn wir einen Beratungstermin vereinbaren, um das Ganze im Detail zu besprechen? Ich kann dir dann auch die ROI-Garantie näher erklären. Was hältst du davon? Ja, okay, klingt spannend. Wie lange brauchen wir für den ersten Termin und wann können wir den frühestens machen? Super, dass du Interesse hast. Für den ersten Termin würde ich sagen, wir können uns nächste Woche schon zusammensetzen. Wie sieht es bei dir am Dienstag oder Donnerstag aus? Ich kann mich nach deinem Zeitplan richten, also sag einfach, wann es dir am besten passt. Dienstag 11.30 Uhr, würde das gehen? Nur eine Sekunde. Perfekt, Dienstag um 11.30 Uhr passt super. Ich habe den Termin für dich eingetragen. Ich freue mich darauf, mit dir zu sprechen und gemeinsam zu schauen, wie wir deine Leads aktivieren können. Wenn du vorher noch Fragen hast, melde dich einfach. Bis Dienstag. Bis dann, ciao. Hallo René, hier ist Konstantin von Autima. Schön, dass ich dich erreiche. Ich habe gesehen, dass du in unserem Webinar dabei warst. Hast du kurz zwei Minuten Zeit für mich? Ja, wenn es schnell geht, ja. Super, das freut mich zu hören. Was war denn dein größtes Learning aus dem Webinar? Ich bin echt gespannt, was du mitgenommen hast. Also für mich war besonders interessant zu sehen, wie ihr eine Garantie gebt auf so eine Leistung. Weil es ist ja doch relativ ungewöhnlich. Es gibt nicht so viele Agenturen, die das machen. Und dann müsst ihr ja sehr überzeugt sein von eurem System. Ja, genau. Wir sind wirklich überzeugt von unserem System. Und das ist auch ein großer Teil unseres Ansatzes. Die ROI-Garantie zeigt, dass wir hinter dem stehen, was wir tun. Es ist uns wichtig, dass unsere Kunden Ergebnisse sehen. Ich meine, wer möchte nicht für etwas bezahlen, das auch wirklich funktioniert, oder? Gibt es denn aktuell Gründe, die gegen einen Start mit unserem Angebot sprechen? Ich bin ganz offen für dein Feedback. Also vom Prinzip her spricht nichts dagegen. Ich habe halt noch zwei andere Geschäftsführer. Und ja, die müsste ich noch überzeugen. Das ist völlig verständlich, dass du das im Team besprechen möchtest. Ich meine, je mehr Köpfe, desto besser die Entscheidung, oder? Vielleicht könnten wir einen Termin vereinbaren, bei dem ich auch deine Kollegen einladen kann. So können wir alle Fragen direkt klären. Und ich kann die Vorteile des Systems noch einmal gemeinsam erläutern. Was hältst du davon? Das klingt grundsätzlich ganz gut. Wir haben noch eine andere Herausforderung. Wir haben aktuell noch gar keinen CRM im Einsatz. Das heißt, wir haben jetzt nur eine Excel-Tabelle mit den ganzen Leads. Aber noch kein richtiges System. Ich glaube, wir brauchen vorher erst ein CRM-System. Ah, verstehe. Das ist natürlich eine Herausforderung, aber keine Sorge. Wir haben schon mit vielen Kunden gearbeitet, die ebenfalls mit einer Excel-Tabelle gestartet sind. Das Gute ist, dass unser System auch in der Lage ist, sich mit verschiedenen CRM-Systemen zu integrieren, sobald ihr bereit seid, den Schritt zu gehen. Ich meine, das Wichtigste ist, dass ihr die Leads gut verwaltet und ansprechen könnt. Vielleicht könnten wir auch darüber sprechen, wie wir euch bei der Auswahl und Implementierung eines geeigneten CRM-Systems unterstützen können, während wir gleichzeitig die bestehenden Leads aktivieren. Was hältst du davon? Ja, das klingt richtig gut. Das freut mich zu hören. Ich meine, das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wenn ihr bereit seid, das CRM-Thema anzugehen, könnten wir gemeinsam besprechen, wie unser System euch dabei unterstützen kann, die Leads aus eurer Excel-Tabelle effektiv zu nutzen. Ich kann auch gerne einige Beispiele von Kunden zeigen, die ähnliche Herausforderungen hatten und erfolgreich mit uns gearbeitet haben. Wann hättest du Zeit für ein kurzes Beratungsgespräch, um das alles im Detail zu besprechen? Passt es vielleicht noch heute, so gegen 16 Uhr? Warte mal kurz. Leider scheint es, als könnte ich den Termin für heute um 16 Uhr nicht direkt buchen. Wie wäre es stattdessen mit morgen um 16 Uhr? Das gibt uns die Möglichkeit, alles gut vorzubereiten und deine Kollegen einzuladen. Was hältst du davon? Klingt super. Dann machen wir das so. Perfekt. Ich trage dich dann für morgen um 16 Uhr ein. Ich freue mich darauf, mit dir und deinen Kollegen zu sprechen und gemeinsam an euren Herausforderungen zu arbeiten. Wenn ihr vor dem Termin noch Fragen habt, könnt ihr mich jederzeit kontaktieren. Bis morgen. Bis morgen, Konstantin. Ciao. Bis morgen, René. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ciao. Du siehst also, wenn du in deinem Follow-up mit so einem KI-Caller arbeitest, der einfach nicht locker lässt, der immer eine Antwort hat, ähnlich wie professionelle Verhandlungsführer, dann wirst du mit deinem Webinar im Nachgang viel mehr Umsatz gestalten. Für mehr Informationen kannst du gerne bei uns auf die Webseite gehen. Du kannst hier natürlich auch gerne mal selber einen KI-Caller testen. Das heißt, ich verlinke dir direkt das Formular. Du kannst dich dort eintragen und selber mal ein Testgespräch mit einer KI führen, um wie jetzt hier gerade einmal zu testen, auf welche Einwände geht denn eigentlich die KI wie ein. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und ich freue mich schon, wenn du mal unsere KI selber testest.